Lassen Sie uns Ihre Innovation vorantreiben. Entdecken Sie die modulare Lösung von Sinterit. Industrielle Qualität, erschwinglicher Preis, acht verschiedene Materialien, offene Umgebung und Zuverlässigkeit, die sich auf dem Markt bewährt hat. Die leistungsstärkste, kompakte SLS-Lösung. Herausragende Innovationen erfordern leistungsstarke Lösungen. Hier kommt die SLS-3D-Drucktechnologie von Sinterit zum Einsatz. 2014 haben wir es kompakt und einfach gemacht. Jetzt treibt die Komplettlösung von Sinterit Ihre Innovation voran. Mit der breitesten Produktpalette auf dem Markt deckt Sinterit alle Bereiche des Prozesses ab. Die am besten geeigneten Module können Sie aber weiterhin selbst auswählen. Die Komplettlösung umfasst auch acht Funktionsmaterialien für Ihre Anwendungen. Und mit offenen Parametern haben Sie unendlich viele Möglichkeiten zu experimentieren. Nutzen Sie die Vorteile der SLS-Technologie und erfinden Sie bewegliche Teile, die in einer Baugruppe gedruckt werden können. Entscheiden Sie sich für Sinterit und Sie erhalten die höchste Qualität der Ausdrucke. Auch bei komplizierten Innengeometrien drucken Sie äußerst haltbare und widerstandsfähige Prototypen von herausragender Genauigkeit und Abmessungen mit dem Präzisionsniveau, das für industrielle SLS-Maschinen charakteristisch ist. All das in der durchgängigen, kompakten SLS-Lösung von Sinterit, die nach dem Baukastenprinzip entwickelt wurde. So können Sie Ihr SLS-Set einfach nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Bei einem so offenen Angebot entscheiden Sie. Lassen Sie uns tiefer in das SLS-3D-Druckerlebnis von Sinterit eintauchen. Alles beginnt mit einer speziellen Software, Sinterit, mit der Sie Ihre 3D-Modelle einfach für den Druck vorbereiten können. Aber die eigentliche Reise beginnt, wenn Sie den Drucker, das Herzstück der ganzen Lösung, öffnen. Mit dem Lisa Pro, einem leistungsstarken SLS-3D-Drucker, können Sie selber wählen. Wählen Sie aus den 8 Materialien von Sinterit, die mechanisch belastbar, elektrostatisch sicher oder flexibel sind. Dank der einzigartigen Stickstoffkammer können Sie aber auch frei mit unzähligen individuellen Materialien experimentieren. Einfach gesagt können Sie beliebige Prototypen, Konzeptmodelle, Endverbrauchsteile und Werkzeuge drucken. Im nächsten Schritt begeben Sie sich zur Powder Handling Station, einem Arbeitsplatz für saubere, sichere und effektive Nachbearbeitung und Pulverbehandlung. Die Power Handling Station ist mit allen XYZ-SLS-3D-Druckern kompatibel und hilft Ihnen, das restliche Pulver aufzufangen. Füllen Sie es mit neuem Pulver auf, um die beste Druckqualität zu erhalten. Es erfordert keine Chemikalien und ist super schnell. Nur Staubsaugen oder Sandstrahlen ist nötig. Es müssen keine Stützen entfernt werden. Das nicht verwendete Pulver kann durch Mischen mit frischem Pulver wiederverwendet werden. Was macht es einzigartig? Mit der Sinterit-Lösung erreichen wir die niedrigste Auffrischungsrate auf dem Markt. Dankdessen wird Ihr SLS-3D-Druckprozess exponentiell wirtschaftlicher. Lassen Sie uns Ihre Innovation vorantreiben. Sie machen den Rest. Besuchen Sie unsere Seite. Sprechen wir über Ihre Anwendungen und darüber, wie wir gemeinsam innovativ sein können.